Ja toll, die hätte ich vielleicht noch gebraucht. Kann ich hier irgendwo speichern? Kann ich hier noch was mitnehmen? Hab ich alles mitgenommen. Ich hoffe mal nicht, dass der Bastard jetzt wiederkommt. Ah, er ist Seifarznei, okay. Ich kann nicht mehr auch gleich mal drübersprudeln. Ah, wobei, das war vielleicht dumm. Ich hätte vielleicht noch warten sollen. Ist ja egal. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was ist denn da hinten? Ich habe da hinten gekämpft. Was ist denn da? Ich habe da. Ich habe da, das ist ja noch nicht. Ich habe da. Omi? Hallo? Hallo, Omi? Ich muss aber erst mal speichern, Omi, ja? Ich hoffe, es ist kein Problem für dich. Ich muss erst mal speichern. Ich muss erst mal speichern. So, und wir haben nicht viel. Wie viel Muni habe ich noch? Okay, ich habe noch voll viel Muni. Nice. So, was haben wir im Inventar? Okay, habe ich hier einen Hundekopf eigentlich schon eingelagert? Ich habe ihn eingesetzt, oder? Das lagere ich erst mal weg. Und die lagere ich jetzt, glaube ich, auch erst mal kurz weg. Ja, okay, machen wir erst mal so. So, okay. Oma? Hallo? Ich erschieße dich mal kurz, ja? Das geht nicht. Auf die Oma kann ich nicht schießen. Die Oma ist protected. Die hat hier einen persönlichen Safe Space gemacht. Ich habe aber erst zwei. Aber ich glaube, ich brauche noch einen im alten Haus, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, der war hier. Immerhin hat Faddy einen Durchbruch gemacht, sodass sie schnell hier durchkommt. Ich bin der Meinung, hier war auch noch was, oder? Ich bin der Meinung, hier musste ich gucken. Ähm. Oh, ich brauche... Ich brauche einen Uhrenpendel. Ein Uhrenpendel, das ich nicht besitze. Im Keller war übrigens noch ein Kraut. Ja, aber das will ich jetzt nicht rausholen. Fällt mir gerade ein. Ich will da jetzt nicht wieder runter. Auch wenn ich... Ich weiß, ob die Gegner sind, oder nicht. Ah. Okay. Die nehmen wir mit. So. Dann joggen wir mal hier rüber. Guten Tag. Guten Tag. Wieder hier rüber. Ja, wieder hier rüber. So, Leute. Das ist quasi ein Jogging-Game, ja? Hier ist halt alles möglich. So, und dann setzen wir das mal hier ein. Ah. Nice. Der weiße Hundekopf. Okay. Und jetzt kommen wir in den Gotten rein. Wir gehen jetzt, wie man so schön sagt, hier in Gotten. Und im Gotten werden wir sehen, was uns erwartet, ja? Wir gehen in den Gotten. Und im Gotten, da gibt es was für einen Gotten. Dass ich den Boss-Fight-First-Try schaffe. Obwohl, der war wirklich easy, muss man sagen. Der war echt langsam. Ich glaube, wenn ich auf normal gespielt hätte, wäre ich zweimal gestorben. Oh, wir sind im Garten. Wie ist hier jemand? Außer Musik. Okay. Hier muss ich mich jetzt 20 Jahre umgucken. Ich entschuldige mich schon mal bei jedem, den das stört. Aber ich muss mich hier umsehen. Ein Dietrich. Ich muss mich hier umsehen. Hier ist bestimmt alles. Hier ist eigentlich alles voller Kraut, oder? Kann ich das nicht absäbeln? Nö. Ich dachte jetzt. Ist ein schöner Garten auf jeden Fall, ja. Da war was, oder? Da bilde ich mir das ein. Kann ich hier nicht abhauen. Also, ich an seiner Stelle, ne. Ich würde alles tun, um abzuhauen. Okay, hier komme ich nicht durch. Ich würde jetzt alles unternehmen, um hier wegzukommen. Aber der junge Mann. Nein, der schaut sich jetzt erstmal um, ja. Ein Kraut. Nehmen wir mit. Ich bräuchte hier mal wieder ein Safe Room, dass jemand da oben wieder hochlaufen muss. Ich hoffe mal, dass hier irgendwo einer ist. Ich hoffe, es lohnt sich hier in die Ecken zu schauen. Rasengemäht hat hier auch schon länger keiner mehr. Pillen. Okay. Im Klo ist Kopf. Sehr hilfreich. Von der anderen Seite verschlossen. Ist hier unter dem Wohnwagen was versteckt? Bin ja Paramusen. Da ist, da ist tatsächlich was, oder? Ey, guck dir das an. Flintenmunition. Ohne Scheiße, da ist tatsächlich was versteckt. Ihr Schweine. Ich gehe jetzt um den ganzen Wohnwagen. Okay, das ist auch dumm. Die Chemikalie. Ist hier auch noch was drunter? Okay, anscheinend nicht. Gehen wir noch mal auf die Veranda. Schießpulver. Ich würde gerne Flintenmunition herstellen können. Aber ich habe anscheinend noch nichts gefunden, was mir dabei hilft. Okay, und von hier sind wir gekommen. Okay, so groß ist das Areal auch gerade. Das Telefunk-Ding ist... Ich habe noch keine Zeit, um das Telefunk zu gehen. Kann ich hier rein? Oh, ich kann hier drunter. Oh, eine Kiste. Extra für mich. Reparatursatz habe ich nicht. Kann ich hier durch? Okay, anscheinend nicht. Ist hier noch irgendwas? Okay, ich brauche mir Platz. Ah. Okay. Oh, ich kann speichern. Ja, ich kann mich hier speichern. Ist schon mal leiser. Oh. Ein Büstenhalter. Gut, dass wir heute nicht im Spüren spielen, ja? Liebe Kinder. Warte. Liebe Kinder. Schaut euch das mal an. Das hier ist eine Hängebrücke. Für zwei runde Bälle. So. Ich habe gerade keinen Platz mehr. Ich muss hier erst was ablegen. Die sich auf das Nervösen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Okay. Also nicht so essbar. Das brauche ich gerade auch am wenigsten. Ups. Ich hätte halt gern mehr Inventar, ne? Oh, warum ist jetzt der weiße Rand oben in der Aufnahme? Na gut, ihr seht es zum Glück nicht, aber ich sehe es gerade. Warte mal kurz. Ich habe hier jetzt gerade den weißen Rand oben in der Aufnahme, aber ihr seht es zum Glück nicht. So, ich lagere aber auch erstmal einen wieder ein. Der nimmt ja extra einen Slot weg. So. Und das lagere ich auch erstmal ein. Inventarmanagement ist wichtig. So, okay. Das speichern wir so. Obwohl, ich kann erstmal noch einsammeln, oder? Noch ist ja alles ruhig. Ich hoffe, das bleibt so. Kann ich die reparieren eigentlich, by the way? Ist hier im Kühlschrank noch was für mich? Oh, da liegt noch eine Münze. Ich habe auch noch das Schatzrote, ne? Oh, Familie Baker. Für sie ist es zu spät. Sünde. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist. Mia. Sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Ich muss auch mehr herausfinden. Ich sammle nochmal kurz den Apparatur-Satz, ja? Warte kurz. Ich gehe gleich ans Telefon. Ich wollte nur noch kurz reparieren. Nein! Oh nein. Ich wollte crouchen. Normalerweise in Spielen ist Steuerung immer crouchen. Hier nicht. Also C ist es auch manchmal, ne? Aber... Oh, das war gerade Reflex. Ich will so eigentlich jetzt gar nicht speichern, aber ich speichere jetzt trotzdem. Ja, ich speichere jetzt trotzdem. Kacker. Ui. So, warte. Kann ich jetzt eigentlich das hier kombinieren? Oh, ich habe eine neue Pistole. Eine kraftvolle Pistole. Brauche ich denn beide? Oh, Münzen. Warte kurz. Kann ich die hier... Warte mal kurz. Warte kurz. Warte kurz. Ich kann doch die jetzt ausrüsten. Ach, die kann ich nicht. Die muss ich noch leer ballern. Okay, warte auf. Die ballern wir leer. Und dann nehmen wir die. Ah, machen wir es mal. Ach, jetzt ruft sie nicht mehr an. Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr rangehen. Okay. Wenn ich jetzt die Tür aufmache. Ah. Geh doch gleich, Mensch. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Das bin ich. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja. Stürme genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. So ist es. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Siehst du? Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Ah. Also, wenn wir es bekommen, kann ich mir helfen und wir kommen hier weg? Vielleicht. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Na super. Jetzt kommt die Frau da mit ihrer komischen Laterne, die so gequietscht hat, kommt gleich. Ich kann mal meine Münzen wiederholen, ne? Was mache ich damit? Ich habe sechs Stück. Ich habe sechs Stück. Steroide. Oh, die nehmen wir. Mit der angetackerten Hand. Schön. Maximale Gesundheit erhöht. Okay, die lagere ich dann erstmal wieder weg. Habe ich noch einen Quad? Achso, die kann ich wieder... Warte, die lagere ich mal wieder rüber, ja? So, okay. So, dann speichern wir das jetzt auch nochmal. Sorry fürs häufige Speichern. Aber alles, was ich jetzt gespeichert habe, muss ich nicht nochmal machen, ne? Ich ärgere mich gerade über die verschwendete Essence. Ich weiß, nein. Warte mal kurz. Kann ich hier mal wieder... Kann ich mal wieder reintappen? Gut, was soll ich überhaupt machen? Das alte Haus nach Team Serum durchsuchen? Das alte Haus ist aber glaube ich nicht das, oder? Kommt hier aber nicht durch. Ach, jetzt komme ich hier durch. Okay, das heißt, jetzt kommen wir ins Team Serum. Jetzt haust der Mutti hier. Ist Mutti hier irgendwo? Oh, ich habe so ein Kind erledigt. Oh. Ach, wo bist du? Wo ist es? Weg mit dir. Oh. Kann ich hier reinfallen? Nein, nein. Hier hat jemand wohl einen Wasserrohrbruch gehabt. Oh, hier summt es sehr. Sie ist oben, geh nicht hoch. Hab dich nicht hoch. Kann ich hier überhaupt hingehen? Oh. Oh. Wie die? Fliegen. Kommen die hier raus? Nee, die bleiben da drin sitzen. Oh, ist bestimmt eine scheiß Idee. Okay, ich muss aber anscheinend da durchrennen. Glaube ich mal. Ist das Fliegenviech noch da? Die Frage ist jetzt auch, ist die Mutti hier? Okay. Katzenbilder sind mir sympathisch. Oh, da fehlt mir das Ding. Das ist das, was wir in dem Video machen mussten. Okay, das können wir nicht. Da müssen wir die Spinne... Natürlich ist das nicht Spinne. Oh, Brennergriff. Und hier lag doch auch was, oder? Liegt das hier immer noch rum? Okay, hier liegt jetzt das Silikalie. Und Pistolmunition. Okay, Pistolmunition ist, ehrlich gesagt, glaube ich, aber relativ sinnlos. Ich würde mal behaupten, ein Brenner ist das, was wir hier brauchen. Oh, Safe Room. Sehr schön. Erstmal speichern. Das ist das Wichtigste. Ah, hier habe ich wieder eine Truhe. Kann ich hier noch was mitnehmen? Scheinbar nicht. Ich vertraue denen Leute nicht. Wenn die Mutti kommt, kann ich mich ja hier auch easy verstecken. Wenn nicht einfach da rüber. Schneller als Fadi wird die nicht sein. Und Fadi war jetzt ja auch nicht der Schnellste. Aber ich muss auch immer wieder sagen, es ist ja auch einfach, ne? Von daher. Deswegen wahrscheinlich auch etwas langsamer ist. Das ist noch eine, oder? Wo denn? Das ist noch so ein glatter Ding. Ich habe mich zu verletzten. Ich hasse Insekten. Hä? Ich habe sie getroffen. Kommt das mit? Ich geh einfach weg. Eklig. Festbrennstoff. Füllende Munition. Füllende Munition. Ich habe sogar noch einen Dietrich. Nice. Erste Hilfe, also nice. Okay. Schon wieder so ein scheiß Vieh. Ich habe doch 20 Meter. Aber warum komme ich da manchmal einfach nicht ran? Oh, was haben wir hier? Dietrich. Ja. Ich habe einen Verbrauchsgleichen neuen gefunden. Das finde ich sehr gut. Das ist die Kurbel, glaube ich, die wir auch im Video gesehen haben. Und die liegt irgendwo da drunter in dem Haus. Ich habe Angst vor Spinnen. 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 Oh Gott. Keine Ahnung. Kommt die hinterher? Ne, die gehen da hinten wieder rein. Da sollen sie immer noch bleiben. Okay. Da kommen die schon wieder. Ich höre schon wieder so. Aber Mutti ist im Endeffekt noch nicht da. Noch nicht. Ich will das jetzt nicht zu früh loben. Okay. Ich würde sagen, für die heutige Aufnahmesession. Oh, jetzt habe ich gerade die Kamera verschoben. Sollte das auch genügen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir spielen am Montag im Stream weiter. Das heißt, das ist übermorgen. Ne, gar nicht überübermorgen. Wir haben heute Freitag. Also es ist noch ein Wochenende vor uns. Und am Montag spielen wir im Stream weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wenn das auf YouTube kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.